Hi, ich bin Lina und du fragst dich sicherlich, warum du die Ausbildung zum Assistenten für Hotel- und Tourismusmanagement in Wiesau machen sollst. Und ich nenne dir jetzt ein paar Gründe. Das war ich früher. Demotiviert, unlustig, manchmal auch ein bisschen leblos. Und BFH Wiesau hat das verändert. Und das bin ich heute. Motiviert und voller Lebensfreude. Du möchtest genau die Veränderungen erleben, die ich erlebt habe, dann werde Assistentin für Hotel- und Tourismusmanagement in Wiesau.